Hier steht nichts drin über meinen Kofferraum und Ihr kleines, zauberhaftes Köfferchen. Das ist die 62er-Ausgabe der SCCA. Sie können sich Ihren beschissenen Aufkleber dahin stecken, wo die Sonne nicht im Kopf fangt. Hey, 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 Bill, was gibt's für ein Problem? Das Problem ist, dass Bill ein Riesenarschloch ist. Oh doch, tut er, tut er ja? Och, er findet tatsächlich, dass Bill ein Riesenarschloch ist. Bill, 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 ich hab die Erfahrung gemacht. Hören Sie mir zu, dass es bei diesen Geschichten immer einen Kompromiss gibt. Und der Ken ist zu weit gegangen. Und ich mach nur meinen Job. Das verstehe ich doch, aber Sie wissen auch, wie er an Renntagen sein kann. Sie werden uns doch nicht wegen eines Kofferraums disqualifizieren. Zufrieden, Bill? Zufrieden, Bill, ich, ich regle das. Zufrieden, Bill, ich regle das.